Wieso habe ich den seltensten Skin im Spiel auf einmal in meinem Subway-Surface? Hä? Hä? Und seit wann habe ich den Skin, Digga? Hä? Hä? Warum habe ich diesen Skin? WTM! Ich wollte, no joke, gerade ein komplett anderes Video aufnehmen. Ich wollte gerade einfach einen anderen Skin auswählen und in die Runde rein starten. Warum habe ich diesen Skin? Ich dürfte den eigentlich gar nicht haben. Ich habe, ich weiß nicht mehr, wenn ich das Video hochgeladen habe. Ich habe ja so ein Trick-Video hochgeladen. Ihr seht jetzt hier mal ganz kurz das Thumbnail, wo ich so Tricks ausprobiert habe, um so seltene Skins zu bekommen. Und das hat eigentlich nicht geklappt. Und jetzt habe ich den trotzdem. Ich verstehe es gar nicht und seit wann habe ich diesen Skin? Hier ist der auch selten. Warte mal, wir testen jetzt erstmal ganz kurz den Skin aus. Habe ich auch irgendwelche neuen Boards? Hä? Seit wann habe ich das Board eigentlich? Ist egal, ich bin absolut, absolut verwirrt gerade. Hä? Wo ist mein Skullfire Board? Ach, das ist da. Hä? Junge, ich bin gerade einfach maximal verwirrt. Ich verstehe nicht, warum ich diesen Skin hier habe. Und ich verstehe auch absolut nicht, warum ich diesen anderen Skin habe. Kann mir das mal bitte einer in den Kommentaren erklären, warum ich bitte den seltensten Skin im Spiel habe? Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. No joke. Wie gesagt, ich habe dieses Video aufgenommen und es hat einfach nicht geklappt. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, habt ihr diesen Zombie Skin? Ich habe das ja auf meinem Handy, also auf meinem anderen Android Handy probiert. Also das ist ja hier sozusagen mein Main Subway Surfers Account, auf dem ich bisher die meiste Spielzeit habe. Und so weiter habe ich ja auch diesen Skin, den ihr alle kennt, den wir an dieser Challenge freigeschaltet haben. Und ich habe diesen Zombie Skin No Joke nicht gekauft. Und es gibt ja auch keine Möglichkeit, das hier irgendwie mit einem besonderen, mega krassen Trick auf dem Handy hinzukriegen. Ich kann mir das gerade bei bestem Müll nicht erklären. So, wir stellen jetzt einmal ganz kurz. Also der Skin ist auf jeden Fall echt ganz cool, muss ich sagen. Dieser Ägypten Skin, sage ich jetzt einfach mal, passt auch ganz gut, weil ich jetzt ja demnächst nach Ägypten auch fliege. Das Einzige, was ich jetzt habe, ich habe mein Facebook ja jetzt hier mit verbunden. Was gibt es hier denn jetzt noch? Hier gibt es irgendwie so ein Update, aber es gibt auch bei mir kein Update im... Ah doch, es gibt ein Update. Hä? Hä? Jetzt gibt es auf einmal irgendwie ein Update? Also no joke, das ist jetzt hier nicht geplant, dieses Video. Kein Spaß, ich bin selber einfach gerade mega verwirrt. Ich lad mir jetzt ganz kurz das Update runter. Mal sehen, wie ich den Skin jetzt gleich noch habe. Willkommen in Island. Hä? 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 Ist das jetzt hier eine neue Season oder was? Was ist das? Jetzt habe ich hier so ein Gratisgeschenk. Also das habe ich ja bekommen, weil ich ja Facebook verbunden habe. Was ist das hier? Wie viel kostet dieses Ritterpaket? Kauf fehlgeschlagen. Wieso kann ich das nicht kaufen? Kann ich allgemein irgendwas kaufen? Okay, das könnte ich theoretisch kaufen. Ich dachte, das ist schon mein Subway-Surfer kaputt. Aber warum kann ich diese Angebote hier nicht kaufen? Kann ich das hier kaufen? Das kann ich auch nicht kaufen. Hä? Digga, mein Subway-Surfer ist einfach kaputt. No joke. Super Runner. Starteinlauf mit einem brandneuen Super Runner. LOL! Es gibt eine neue Challenge! Oh mein Gott! Ey, Freunde, wenn ihr wollt, dass ich diese Challenge zocke, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. WTF? Man kann wieder einen neuen Gratis-Skin bekommen. Wie geil ist das denn? Habe ich irgendwie ein neues Board jetzt auch? Was ist das denn jetzt hier? Island-Board. Also... Hä? Hä? Jetzt ist der Skin weg? Ah, ne, doch nicht. Hä? Ich dachte gerade, der Zombie-Jack-Skin ist weg. Der war ja vorhin hier ganz unten irgendwie. Warum ist das jetzt so vertauscht hier? Kann ich mir jetzt auch den Skin hier kaufen? Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diesen Zombie-Jack-Skin freigeschaltet habe. No joke. Ich habe da auch keinen Screenshot von. Und jetzt haben wir einfach diesen geisteskranken Skin hier. Und ich kann ihn wirklich spielen. Ihr wollt mich doch komplett hops nehmen, oder? Auf einmal irgendeine Challenge drin. Irgendwie ein Update. Vielleicht ist das wegen dem Update irgendwie so verglitscht. Ich kann es euch bei bestem Willen nicht sagen. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Also Subway Surfers, falls ihr hier irgendwie auf Ehre mir diesen Skin geschenkt habt. Team von Subway Surfers, ne? Kuss geht raus. Kann ich mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube auch gar nicht, dass die irgendwie was mit Creatern machen. Aber falls das irgendwie durch die passiert sein sollte, dann, äh... Ja, vielen lieben Dank. Das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, ob Subway Surfers, ob die Entwickler irgendwie mit Content-Creatern kooperieren? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube nämlich, die machen das gar nicht. Also ich meine, ich habe jetzt schon echt Subway Surfers Videos hochgeladen. Die haben auch echt viele Aufrufe schon bekommen, overall, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich... Also ich habe gerade, glaube ich, mit eines der seltensten Skins im Spiel. Das ist ja dieser Joker-Skin. Und der ist auch maximal geil. Also ich bin... Ich bin wirklich gerade... Ich bin wirklich gerade echt buff. Es ist wirklich gerade für mich selber verwirrend. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich diese andere Challenge auch spiele, lasst mal einen Daumen nach oben da. Also ich werde das wahrscheinlich dann die nächsten Tage irgendwie starten. Und dann mal probieren, ihn in ein, zwei Videos irgendwie abzuschließen. So. Oh nein, ich wollte diesen... Habe ich den noch eingesammelt? Ich hoffe doch mal. Und warum habe ich jetzt gerade hier so einen täglichen Highscore eigentlich da oben? Kann das sein, dass ich das mit Facebook verbunden habe? Dann habe ich ja mein Datum geändert, aber ja nur in die Zukunft. Dass das dadurch gekommen ist? Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich habe ja nur diese täglichen Facebook-Geschenke dadurch mir geholt. Ich habe ja nicht mal diesen Dino-Skin hier. Verstehe ich echt nicht. Also falls da irgendjemand eine Idee hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. Ich bitte euch da drum. So. Wir erreichen jetzt nochmal ganz kurz, würde ich sagen, halbe Million Punkte. Oh nee, 600.000 Punkte, damit wir diesen täglichen Highscore hier bekommen. Und dann testen wir den anderen Skin. Diesen, äh, Zombie-Jake-Skin. Muss aber sagen, diese Map hier ist schon ganz nice. Lol. Digga, ich wäre hier gestorben, hätte ich jetzt keinen Board gehabt. Oh, Jetpack, let's go. Here we go, baby, baby. Noch eine Runde, Runde, Runde. So, noch 75.000 Punkte, dann haben wir 600k. Und dann haben wir tatsächlich auch diesen täglichen Highscore. Ge-Knack-Renote. Boing, 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 boing. Und 3, 2, 1, 1. Oh, lol. Jetzt bin ich gestorben. Einmal kurz ein Board aktivieren. Das kann jetzt nicht sein, dass wir gerade quasi eine Sekunde vom Win die Challenge hier doch nochmal verkacken. So, Rangbelohnung verfügbar. Jetzt habe ich ja anscheinend echt irgendwie so eine Challenge tatsächlich gerade gewonnen. Das ist ganz geil. Ich will mal 5 von diesen blauen noch sammeln, fällt mir gerade auf. Ich will mal gucken, was dann passiert. Oh, wieder die Schuhe. So, ich will noch so einen blauen haben, so einen blauen. Okay, zweifache Multiplikator soll ich auch nicht hinein. Oh, da ist so ein blauer. Let's go. Okay, jetzt kann ich sterben. So. Butz, butz. Okay. So, wir haben jetzt diese Challenge anscheinend geschafft. Wir kriegen jetzt erstmal hier Belohnung. Nice. Let's go. Belohnung abholen. Ah, okay, das ist für diese Saisonjagd. 2000 Münzen nehme ich. Nehme ich mit. So, jetzt haben wir hier ein Turnier irgendwie. Alter, schaut euch bitte diesen Skin an. Schaut euch bitte diesen Skin an. Lol. Lol. 5000 Münzen. Okay. So, Events. Teilnehmen. Äh? Lol. Die Belohnung nehme ich doch alle gerne mit. So. Mission. 50 Belohnung. Zack. Okay, und jetzt will ich mal testen. Jetzt spielen wir das allererste Mal mit diesem Zombie Jake Skin. Und ich will auch gerne dieses Board hier haben. Aber das kriegt man, glaube ich, in dieser Challenge, ne? Ja, das kriegt man in dieser Challenge. Aber ich spiele echt diesen Zombie Jake Skin. Ich fasse es nicht. Ich würde euch so gerne sagen, wie ich das gemacht habe. Aber ich weiß es bei bestem Willen gerade absolut selber nicht. Na gut, Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass ich die Challenge mal spiele. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Subway Surfers Video wieder. So, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz an, wie es im Endscreen aussieht. So. Alter. Zu geil. Freunde, wir sehen uns. Ciao, ciao.